Volks TV präsentiert die fünfte Madl-Wadl-Partie mit der Spitzenformation Gerlos Blurt. Kommen Sie am 3. und 4. August 2019 zum spektakulären Zeltfest der Freiwilligen Feuerwehr Gerlos. Für ausgelassene Stimmung an diesem Wochenende sorgen neben Gerlos Blurt auch noch die Siemer-Partie, die Jumptaler, die Kulturerben, die Schützenkompanie Gerlos und Bundesmusikkapelle Gerlos und die Gruppe Sonvent. Wir sehen uns in Gerlos!